Hallo, Helas zusammen. Willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4. So. Boah, wen haben wir denn hier? Äh, 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 äh. Die fühlt sich unwohl. Musst du denn arbeiten? Na, die muss sogar tatsächlich heute arbeiten. Jetzt geh mal zur Arbeit. Wichtig. 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 Das ist sehr wichtig. Wird jetzt von der Arbeit abgeholt, oder was? Wer rupt denn da so? Gibt's ja nicht, ja. Aber übrigens nachgeguckt, die FPS-Drops scheinen, äh, ein In-Game-Problem zu sein. Alter. Jetzt mal Felix schlafen. Äh, das werden wir mal weglegen. Kann man sich eigentlich sein Tattoo wegmachen lassen? Äh, leider nicht. Ja, putz mal. Wahrscheinlich ihn zu stören. Sonst würde er das, glaube ich, nicht machen. Er läuft die ganze Zeit in so einem Outfit rum. Dann werden wir mal ausgezogen. Einmal mal ausziehen. So. Wir könnten jetzt eigentlich mal unsere Freundin anrufen. Oder wir gehen mal generell ins Fitnessstudio. Äh, Aktionen. Nee. So. Wie kommt man jetzt hier im Prinzip? Okay. Einfach nur rausklicken, rausfahren und dann... So, wo ist die Muckibude? Ich sehe sie gerade nicht. Da. Wollen wir mit Zoe hingehen? Nein. Wir wollen auch mal ein bisschen Leute kennenlernen. Ich bin zwar Zoe im richtigen Leben eine treue Seele, aber das muss ja jetzt nicht In-Game sein. Da kann man ja uns als eine verbotene Gelüste nennen. Ah, es wäre mal interessant, ich könnte mal ein paar Leute nachbauen. Ich glaube, das ist der Schickimicki Fitnessclub. Alter, der ist irgendwo oben auf dem Dach eines Gebäudes. Der ist ja kläglich. Nee, nee, nee. Gehen ins andere Fitnessstudio. Da scheinen die, scheinen die interessanteren Leute zu sein. Und das ist auch das Noble Fatal. Gibt's gar kein anderes Fitnessstudio? Kann das sein? Das gibt's doch nicht. Wo waren wir denn dann bei mit der Zoe? Das irritiert mich jetzt schon. Äh. Ja gut. Das irritiert mich jetzt. Komplett andere Leute. Ja gut. Ja gut. Ist ja noch jemand anders. Nee, ich glaube nicht. Wer ist das? Das ist wahrscheinlich irgendeine Kampflesbe. Basketballfeld. Aber kommen jetzt extra mehr Leute? Nur weil ich jetzt selber trainiere? Oder wie ist das? Was? So. Wart mal. Dann könnten wir doch einfach mal joggen. Ah. Er wollte sich jetzt sehnen. Scheinbar kriegt man auf gute Ideen, wenn man joggt. Oh, jetzt hat das übertrieben. Das ist mir auch schon mal passiert. Nein, das ist mir noch nie passiert. Wir machen jetzt einfach mal die Liste voll. Hey. Ja, du stinkst. Das stört mich aber nicht. Ich komm mit dir klar. Oh, oh, oh. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Äh. Schnell duschen. Komm. Geh schnell runter. Da ist jemand Interessantes da. Welch sind da noch mehr Interessante? Da sind noch mehr Interessante dabei. Geh mal schnell duschen. Mein Junge. Runter vom Laufband. Hat er schon abgenommen? Du sollst duschen gehen. Was ist denn falsch mit dir, Junge? Duschen. Oh nein, jetzt geht's in die Umkleide. Lass ich duschen. Ich komm mit, meine Süße. Ich komm mit. Alles klar. Er wird erst mal geschimpft. So, er ist jetzt duschen. Geht ihr jetzt duschen? Oh, Dravoi plus. Äh, Caro hatte 255 Simlions. Sehr schön. Eingenommen. Und gute Arbeit geleistet. Was ist denn nochmal oben? Äh, also jetzt geht da ein Handtuch rum. Alter, zieh deine Sportklamotten an. Geh doch. Das ist ein Korb. Bleib stehen! Ich glaube, der ist verkackt. Ja. Oh. 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 Irgendwie will das nicht. Dinkstay. Aha. Let him bevoy for me fluster. Haha. 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 Quatschen wir mal ein bisschen. Ja. Ja. Kriffin. Oh. Ah. 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 Da haben wir Witze erzählen hier. Gehen wir mal einen medizinischen Rat. Das kommt bestimmt gut. Das kommt bestimmt ganz gut. Das kommt bestimmt ganz gut. Hä? Ah. Frigna. Sag Frigna, der ist Hogan. Eins nach dem anderen. Ah. 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 die Verbindung ein bisschen verbessern. Genau, ein Flisser. Das ist ganz richtig. Ein Abushard. Das macht man immer. Die ist gerade Energie geladen. Ich muss das weiterhalten. Fesselnde Geschichte. Kann ich da erzählen? Unfug. Backfall vergeben. Ah, sie ist gegangen. Allein durch das Reden mit mir hat das Stinken angefangen. Ich glaube, die haut jetzt ab. Dann reden wir mal mit der hier. Wir baggern hier einfach alles an. Wir sind hier nur zum Baggern da. Wir müssen mal aufpassen. Wo geht die jetzt hin? War das jetzt die Zoe? Das war doch gerade Zoe, oder nicht? Okay, ich verschrecke alle. So, wegwerfen. Jetzt ist er richtig sportsüchtig geworden, der kleine Schelm. Aber jetzt kannst du eigentlich heimfahren, weil es scheint ja nichts mehr Interessantes zu sein. So, zurück nach Hause. Ich glaube, die Zoe war da. Nein, die hat viel zu großes Dekolleté gehabt für Zoe. Glaube ich. Nicht, dass ich auf solche Merkmale erachte. So. So, er hat Hunger. Dann machen wir uns einfach mal einen Gartensalat. Karo, wie geht's der Karo? Die ist noch relativ fit. Du isst jetzt einfach auch was. Nee, du machst dein Bild fertig. Fortsetzen. Der Hendrik, der ist müde. Der darf jetzt einfach mal das Klo putzen. Einfach nur, weil er müde ist. Fühlt sich unwohl. Kann er seine Blase noch leeren, dann, nachdem er es geputzt hat. Dann spielt er noch ein bisschen mit dem Felix. Und danach geht er schlafen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Der Alex ist schon schlafen gegangen, ohne dass ich was gesagt habe. Das ist auch okay. Kann man so machen. So. Und der Marvin bricht das Duschen ab, was er nicht hätte auch machen müssen. Für den Salat brauchen wir Gott sei Dank keinen Ofen, deswegen können wir uns eigentlich alle gleichzeitig machen. Ah, der Marvin stinkt. Oh, der Marvin stinkt. So was von. Tierrezepte kochen. Ah, der Marvin. So. Das können wir auch gleich nochmal verkaufen. Und sie ist gerade inspiriert, weshalb sie sich einfach auch mal einen Salat macht. Okay, Caro isst jetzt erst mal was. Und wenn sie fertig ist damit, dann kann sie nochmal ein klassisches Gemälde malen, wenn sie gerade inspiriert ist. Heute sind wir mal alle gesund. Der Hendrik muss dann noch auf die Toilette. Also der Hendrik ist eigentlich jetzt versorgt. Der muss eigentlich nicht mehr viel machen. Hat er morgen Arbeit? Er hat morgen Arbeit. Wobei, wir sind noch heute. Wir sind noch heute bei Freitag. Morgen könnte Samstag sein. Wir gucken einfach mal. Ja, morgen ist Samstag. Dann hat er auch frei. Und er muss noch einen Durchbruch erzielen. Einen einzigen. Dann hätte er eine Beförderung eigentlich gut. Okay, und der kann morgen auch an sich eigentlich ausschlafen. Da ist eigentlich nichts dabei. Der Marvin muss morgen arbeiten. Und er muss einmal zum Tatort gehen und einmal auf Portfolio gehen. Dann hätte er auch wieder eine Beförderung. Was? Der war in unserer Wohnung? Was hat er in unserer Wohnung zu suchen gehabt? Kann er noch irgendwas sauber machen? Nee. Passt eigentlich. Er ist beschämt, weil er so unhygienisch ist und unbedingt duschen und auf die Toilette muss. Und dann gehst du schlafen, glaube ich. Was geht mit Felix ab? Oh, der Fäges tut mir jetzt leid. Komm, jetzt kümmert sich die Caro mal ein bisschen um Felix. Der scheint ja ziemlich traurig zu sein. Wieso auch immer. Ich wurde scheinbar gerade angerufen. Hey. Die hat mich übergangen. Wieso? Was wird das jetzt? Tierpflege. Irgendwie geht da nix. Irgendwie geht da nix. Mal gucken, wie Felix antwortet. Also nur mit Herzchen. Komm mit, Felix. Kommt die schon schnurrn an? Ja. Ja. Braves Kätzchen. Ja, Caro kann auch ganz tierlieb sein. Was ist das denn? Ja, Caro, die Katzenflüsterin. Ja, Chima. Ja, Chima. So, wie die Katzenromanze weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis denn! Tschö-dü-dü-dü! Tschö-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü.